In diesen kurzen Statements, die nur höchstens eine Minute dauern, kann man natürlich nicht alles unterbringen. Und da fehlt auch manchmal die Tiefe, das ist mir auch klar. Aber ich glaube, es ist schon deutlich geworden, wo es hingehen soll. Etwas genauer finden Sie die ganzen Informationen hier in diesem Flyer, der jedem Haushalt in der Samtgemeinde Meinhersen in den nächsten Tagen zugestellt werden wird. Hier stehen unsere Ziele drin, einige von unseren Zielen. Hier steht auch drin, was wir teilweise schon erreicht haben. Und hier sind auch unsere Kandidaten und Kandidatinnen alle nochmal aufgeführt. Und noch mehr Informationen und wirklich sehr ausführlich finden Sie ihn selbstverständlich auf der Webseite www.grüne-gifhorn.de und können uns auch jederzeit anrufen.